Ich wollte einfach mehr über den Martin wissen und war dann schon 2016 in Tour dabei und dann war es eigentlich klar, wenn es jetzt wieder eine Reise gibt auf den Spuren in Deutschland, dann werde ich dabei sein. Wir mussten ja die Wallfahrt öfters verschieben wegen Corona und ich bin jetzt froh, dass es auf den dritten Versuch hin jetzt klappt und alles stimmt bisher zusammen. Die Route ist wunderbar ausgearbeitet, der Beginn hier in Worms, wo der heilige Martin ja auch, bevor er Heiliger geworden ist, schon wirklich Heiliges getan hat. Er hat den Krieg abgesagt. Nimm mein Schwert zurück und meinen Held. Du bist ein Feigling! Dieses Ereignis, von welch großer Bedeutung und Aktualität dieser Heilige auch für diese Stunde, für unsere Zeit, jetzt in Europa ist. Es scheint schon, dass man in so einer großen Gruppe gemeinsam in so einem Dom und an einem solchen frühen Bischofssitz ist. Das hätte man jetzt gar nicht alles alleine planen können. Fünf Tage sind die Pilgernden unterwegs. Jetzt geht es ein Stück zu Fuß, von Bodenheim nach Mainz. Auf dem Weg segnet Bischof Fürst Gussschilder des Martinuslegs. Gemeinsam den Tag zu beginnen mit Gebet und Gesang, das war einfach wunderbar. Die Wanderung durch die Weinberge war für uns was ganz Besonderes, denn bei uns zu Hause gibt es keine Weinberge. Es waren nette Gespräche und viele interessante Persönlichkeiten, die man da kennenlernen konnte. Nach der Mittagspause läuft der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ein Stück des Wegs mit. Mit dem Pontifikalamt im Mainzer Dom wird der Martinusweg im Bistum Mainz offiziell eröffnet. Dafür überreicht Bischof Fürst seinen Kollegen einen Pilgerstab. Der Tag in Trier beginnt mit einer Andacht. Danach erkunden die Pilgernden, wie immer auch in Gebärdensprache, die Stadt auf den Spuren des heiligen Martin. Dabei erfahren sie mehr über Martin in der Römerstadt. Und wie sich die Zeiten änderten, in einem kalten Winter, als der Rhein zufrohr und die Germanen einfach drüberlaufen konnten. Dann war es hier ganz schnell vorbei mit dem römischen Imperium. Was er hier erlebt und erlitten hat, das ist ganz viel. Das zeigt sich die Begegnung mit den Kaisern. Das zeigt sich in Wunderheilungen, die er hier gemacht hat. Das zeigt sich in seinem Waterloo im Trierer Dom. Was er hier erlitten hat, hat ihn zutiefst erschüttert. Es war schon etwas Besonderes, als christliche, frühchristliche Kirche in dieser Zeit Echtfarbe zu bekennen. Und das imponiert mir an dem heiligen Martin. Am nächsten Tag geht es weiter, Richtung Luxemburg. Diese Lebensbiografie des heiligen Martinus, das können wir heute auch wieder in unserer Zeit zurückgreifen. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist aktuell wie je. Gerade auch in unserer politischen Lage. Er ist eine wichtige Persönlichkeit auch für uns auf dem Weg in Europa. Und wir vergessen, wir vergessen die Menschlichkeit. Menschlichkeit. Bei der Wallfahrt zeigt es sich durchaus. Auch beim gemeinsamen Abschlussabendessen. Es war eine fröhliche, ereignisreiche und auch sehr tiefgehende Erfahrung, die ich machen durfte. Das hat mich mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllt.